Herzlich willkommen bei Martin's Bike und dieses Mal geht es wieder um den KITGO in der Version 2022. Und ihr seid wahrscheinlich eine junge Familie, wollt demnächst Radtouren unternehmen oder das Kind in die Kita fahren. Denn so ein Kinderanhänger ist auf jeden Fall eine sehr sichere Sache. Auf jeden Fall ist der KITGO von Keridu von guter Qualität. Und dieser neue KITGO ist dem Vorgänger sehr ähnlich und deswegen schaut euch meine zwei älteren Videos dazu auch mal an. Mit jeder Menge Alltagserfahrungen. Ja und ich würde sagen, den schauen wir uns jetzt mal im Detail an und ich erzähle euch ein paar Alltagserfahrungen zu dem hier und auch zu dem älteren Modell. Das hat uns nämlich ganz gute Dienste erwiesen, fast weniger zum Radfahren als viel mehr als Buggy. Komm, wir schauen mal rein. So, da ist er, der KITGO und ja, wir gucken einfach mal der Reihe nach, was mir so einfällt, hier uns mal genauer an. Ja und ich würde sagen, wir fangen hier mal beim Rad an. Da hat sich nichts geändert, da ist immer noch der gleiche Mantel drauf wie bei dem Vorgänger. Ist aber sehr gut. Ich hatte nie einen Platten hier gehabt in Berlin. Ja, weder, also wir haben ihn ja viel als Buggy benutzt und als Fahrradanhänger. Das ist jetzt ein bisschen wenig Luftdruck, aber super. Also keine Probleme. Wenn man ein bisschen mehr Komfort haben will, ja, könnte man sich tatsächlich so Ballonreifen drauf machen lassen. Bei meinem Fahrrad habe ich ja diese Billy Bongers drauf und die könnten dann noch ein bisschen mehr Federungen tatsächlich, also ein bisschen mehr Komfort dem Rad geben. Ja, hier ist, ja, hier könnt ihr das Rad abnehmen. Sehr leicht, sehr bequem. Sehr gut. Hat sich auch nichts verändert. Die Felge ist schwarz. Ich würde sagen, da haben wir das Rad schon durch. Hier sind die Bumper. Die sind jetzt übrigens neu. Ihr könnt die hier irgendwie so abnehmen. Mal gucken, ob ich das hinkriege hier mit einer Hand, weil mit der anderen muss ich ja gerade filmen. Nee, kriege ich gerade nicht hin. Aber es ist wirklich leicht abzubekommen. Ja, beim Vorgänger gab es bei meiner Version zumindest Probleme. Da schob sich das ganz schwer ab. Ja, das geht aber super. Ja, hier oben ist jetzt gerade keiner dran an allen vier Ecken. Und zwar, ich zeige euch, ich benutze ihn jetzt wieder viel als Radanhänger. Aktuell für die Kleine fahre ich damit zur Kita. Und da habe ich das hier einfach reingetan. Und das geht neuerdings, weil die Fahne kleiner geworden ist. Bis vorher waren es zwei Teile. Ich glaube, das ging auch. Aber die musste man immer ineinander stecken. Und ja, jetzt habe ich das hier einfach mal im Rad verstaut. Klar, wenn ich es lange nicht bräuchte, dann lege ich es irgendwo in die Wohnung. Und ihr könnt den Wimpel hier reindrehen, wie ihr seht. Aber weil das auch ein bisschen schwierig geht und auch immer ein bisschen Zeit braucht, mache ich das einfach, lasse ich das einfach hier alles dran und schiebe es dann einfach schnell ran und dann steckt der Wimpel. Ja, ihr wisst, mit Kind muss immer alles schnell gehen. Und so geht es tatsächlich schnell. Also wenn ich das hier mal rausdrehen würde, das dauert dann auch wieder. Aber egal. Jedenfalls eine gute Sache. Besser als beim Vorgänger. Ja, dann kommen wir hier zu dem Griff. Da hat sich auch nichts verändert, meiner Meinung nach. Übrigens, diese ganze Bauform vom KITGO ist auch gleich geblieben. Da hat sich auch nichts geändert an den Packmaßen. Ja, hier, wenn ihr auf beide gleichzeitig drückt, dann könnt ihr das hier entsprechend einstellen. Und auch sehr gut. Ich zeige euch mal die maximale Vorderstellung. Und das ist im Prinzip auch für euch der Sicherungsschutz. Also wenn ihr Rad fahrt, dann in dieser Halterung. Das ist so eine Art Überrollbügel. Nochmal ein Schutz für oben. So solltet ihr es machen, wenn ihr Rad fahrt. Und wenn ihr den Buggy-Modus habt, dann wahrscheinlich so. Oder höher oder tiefer, je nachdem wie groß ihr seid. Das ist wirklich praktisch. Ich bin ja groß und ich konnte den wirklich immer recht hoch machen. Und ich fand das sehr gut zum Schieben. Sehr gemütlich. Man konnte auch mit einer Hand ein bisschen daddeln und in Ruhe den KITGO durch die Gegend schieben. Und das geht hier tatsächlich sehr gut. Ja, das ist besser als mit so einem kleinen waktigen Buggy. Ja, das hatte ich oft Probleme mit einer Hand. Wir haben tatsächlich noch einen kleinen leichten Buggy, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Machen wir weiter. Also ansonsten Veränderung, Griff ist die einzige Veränderung, die noch ist. Das ist jetzt zugewachsen. Hier war immer noch eine kleine Lücke, wahrscheinlich für so eine Handtasche oder so. Keine Ahnung. Ist jetzt zu, ist mir egal, ist mir recht. So, hier könnt ihr auch sehr praktisch im Sommer Jacke, T-Shirt, Strickjacke einfach so reinstopfen. Also ein kleines Fach im Prinzip. Ja, hier habt ihr das zweite Außenfach. Hier mit so kleinen Magnetverschlüssen. Auch sehr gut, da passt so ein bisschen Zeugs rein, macht nichts Wichtiges rein. Hier fällt immer mal alles raus. Nämlich in dem Moment, wenn man die Klappe hier aufmacht, zack. Und dann kann es rausfallen, wenn es schwer ist. Da fällt jetzt nichts raus, weil leicht, da so Tempos drin oder so Kram. So, dann kommen wir gleich zu dem großen Fach. Da hat sich ja, in der Größe hat sich ja nichts verändert. Aber hier gibt es jetzt neuerdings so eine Tasche. Und die finden jetzt mal mal die Regenplande raus. Und hier so eine schicke Tasche für euer Buggy-Rud. Ich muss aber gestehen, dass ich das so gar nicht mache, sondern... Ach so, das ist echt groß die Tasche. Schön klettig. So, rein mit dir. Die ist wirklich groß. Und das Tolle ist, ja, ich mache da nämlich Obst rein. Ja, den Rest vom Einkauf drumherum. Und das Obst mache ich hier rein. Ja, und das Baggirat, das ist nämlich sauber. Denn das Baggirat kommt neuerdings bei mir immer hier rauf. Da gibt es ein Zubehör. Kriege ich morgen. Und das zeige ich euch jetzt. Ja, schaut doch mal hier. Das ist nämlich der Bumper. Aber das ist ein neues Zubehör. Nicht vom Keridoo, sondern ja, von jemand anderem. Habe ich euch unter dem Video verlinkt. Gab es auch für den vorigen Kitgo. Ja, und jetzt tue ich mal dieses volle Rad einfach hier rein. Und so, das hat den Vorteil für euch. Ihr müsst nicht einmal rumlaufen zum Kofferraum, sondern der Weg ist viel kürzer. Ja, und ihr habt einfach mehr Platz im Kofferraum. So, das war das praktische Radhalter-Tool. Ja, hier Klappe zu. Und hier habe ich ja schon den Regenschutz hingeworfen. Das ist der externe. Das ist ein Zubehör von Keridoo. Kann man online bestellen. Passt hervorragend drüber. Ja, jetzt fragt ihr euch aber, da ist doch aber ein Regenschutz drauf. Und ja, das ist so eine Art Nässe-Schutz. Und das funktioniert auch gut bei kleinem, leichten Regen. Habt aber wirklich so einen Sommerregen, ja, oder eine Radtour mit Sommerregen, dann ist das tatsächlich einfach nochmal viel besser. Ja, das müsst ihr dann rüberwerfen. So, mache ich jetzt hier wieder rein. Deswegen, das haben wir eigentlich immer dabei. Außer man weiß, es werden 30 Grad und 20 Tage Trockenheit. Dann packe ich es wieder raus. Ja, dann gucken wir uns nochmal kurz diese Plane an. Ich mache dazu nochmal diese Halterung hier zu. Mit einer Hand kriege ich es hin. Na ja, geht gerade so mit einer Hand. Man kann es aber zumachen. Ja, ich finde das nicht so glücklich gelöst hier mit diesen Schlaufen, aber es geht. Achtet darauf, dass immer genug Überhang ist hier. Dann könnt ihr das hier auch nochmal richtig festmachen. Es kann sein, dass es manchmal sehr knapp wird und dann rutscht das hier raus. Blöd, wenn das so ist. Dann zeige ich euch jetzt hier diese Plane. Hier ist ja ein Reißverschluss hier drunter. Na, da zieht ihr natürlich zu. Oder kann man es kletten? Ja, man kann es kletten. Man muss auch gar nicht zumachen. Um Luft durchzulassen, könntet ihr es auch auflassen im Sommer. Aber sicher ist sicher. Und ich reiße es mal hier hoch. Hier oben seht ihr diese beiden Gummischlaufen. Und da rollt ihr diese Plane hier zusammen. Ihr könnt die hier oben so befestigen. Und darunter haben wir den Moskitoschutz. Okay, da wir aber nicht in Afrika leben, sondern hier in Deutschland, sage ich jetzt mal Fliegenschutz. Und ja, der ist hier drauf. Hatte sich auch beim Vorgänger alles bewährt. Da ist nichts kaputt gegangen. Das war perfekt. Ja, hier seht ihr gerade, so habe ich das hier hochgebunden. Hier festgemacht. Da drunter sind nämlich auch nochmal so kleine Gummis. Die kann man dann da reinhaken. Das ist natürlich auch so ein kleiner Sonnenschutz gleichzeitig. Der Unterschied zum Vorgänger ist aber, dass jetzt hier dieses Rollo weg ist. Da ist ja eigentlich ein Schattenschutz da gewesen. Und der ist jetzt hier in dem Fach, glaube ich. Den habe ich doch eben gesehen. Den hatte ich doch gerade in der Hand. Und hier ist jetzt der kleine Sonnenschutz. Und den könnt ihr euch hier natürlich sehr individuell festkletten, würde ich jetzt mal behaupten. Kann man, wenn man es richtig rum reinlegt. Und ich mache das einfach mal jetzt hier fest. So, und da habt ihr dann den Sonnenschutz und den könnt ihr euch anpassen. Bei tiefstehender Sonne natürlich auch tiefer oder höher. Je nachdem. Oder ihr könnt auch. Das hier so seitlich anbringen. Würde auch gehen. Okay, fliegt jetzt hier weg. Aber es ist tatsächlich so, dass manchmal abends im Sommer die Sonne von der Seite kommt. Oder auch im Winter. Naja, das ist nicht so schlimm. Aber es könnte blenden. Und dann könnte das vielleicht euch so ein bisschen basteln. Ja, finde ich sehr praktisch. Okay, bevor wir uns den Kitco gleich drin angucken, noch eine Sache hier vorne. Das Vorderrad. Das habe ich doch total vergessen. Ja, und so seht ihr jetzt die Joggerstellung. Die ist nämlich, da ist nämlich das Rad fixiert. Ja, so, wenn ihr jetzt joggt, ist das besser. Dann fährt er nicht immer rechts links. Aber wenn ihr ihn als Buggy verwendet, kann man machen. Zack, zurück. Und dann dreht sich das Rad wieder. Auch hier mal auf den richtigen Luftdruck achten. Und ja, woher wisst ihr, welcher Luftdruck der richtige ist. Ja, da habt ihr hinten an der Tasche. Da gucken wir nochmal ganz schnell. Alles Wichtige zum Kitco. Ja, ist eigentlich sehr praktisch, dass hier alles draufsteht, was sein muss. Ja, hier seht ihr noch die beiden Reflektoren. Die sind noch ganz, aber bei meinem alten Kitco, ja, die habe ich irgendwie gecrasht, um die Spielplatztür aufzumachen. So, okay, gucken wir mal rein in den Kitco. Jetzt nicht so hübsch. Ja, wir haben jetzt hier dieses Fell. Ist einfach am optimalsten im Sommer wie im Winter. So, lasst euch davon nicht stören. Wir gucken uns mal die Taschen. Hier sind diese Kleinsttaschen. Beim Vorgänger ist das hier tatsächlich kaputt gegangen. Da fiel dann immer einiges durch. Wahrscheinlich haben wir es zu stark belastet. Noch sind sie ganz, aber auch schon ein bisschen dreckig. Na ja, ist normal. Ist ja auch ein Kinderanhänger. Ja, ansonsten haben wir hier unter dem Fell noch so eine weiche Kitco-Zubehör. Dass es ein bisschen weicher ist. Hier eben das Fell. Das Loch erklärt sich daher. Wir hatten irgendwann mal die Kopfstütze natürlich tiefer. Und da haben wir den Klett hier benutzt. Dann wuchs die Kleine und wuchs und wuchs. Und ja, jetzt ist die Kopfstütze irgendwo hier oben. Ja, unser Kind ist jetzt drei Jahre alt. Noch läuft sie nicht so gerne. Also können wir den Kitco noch gut benutzen. Ja, das ist hier das Gurt-System. Da muss ich sagen, ja, es funktioniert. Aber da bin ich leider kein Fan von. Das hat sich auch nicht verändert gegenüber dem Vorgängermodell. Ja, im Prinzip, das, ich kann das euch ja mal zeigen. Das ist okay. Das ist super, das System. Dieses Klick-System, da könnt ihr hier schon mal stecken. Und dann könnt ihr in Ruhe den anderen stecken. Das müsst ihr nicht ineinander friemeln und dann stecken, sondern jeweils einzeln. Das finde ich gut. Ja, hier könnt ihr theoretisch noch ein bisschen anziehen. Und hier drunter ist, ja, und das ist es eben. Wo ist er? Hier gibt es so verschiedene... Ja, das ist hier, glaube ich, zur Entlastung. Also wenn ihr den zieht, dann entspannt sich der Gurt hinten. Aber das ist eben immer so ein Problem, ja. Denn in der Übergangszeit, mal haben die Kinder wenig Klamotten an und irgendwann wieder mehr. Also muss man den Gurt relativ schnell jetzt locker kriegen. Und das mach mal schnell. Ja, also da müsst ihr dann eben leider nach hinten gehen. So, und hier... Ich sehe hier schon wieder nicht durch, ne. Hier ist irgendwie so ein Klett. Genau. Hier ist im Prinzip das Teil, was ihr lockern könnt oder festziehen könnt, um den Gurt drin zu erweitern. Und der Klett hier ist, glaube ich, ja, ich weiß auch nicht, der fixt hier irgendwas. Also ihr seht, das ist das Gurt-System. Das funktioniert schon, aber es ist eben leider so nichts, was man mal schnell machen kann. Also man sollte es wirklich in Ruhe einstellen. Am besten mit ein bisschen mehr Platz. So, dass ihr dann vielleicht nur diesen unteren, den Mittelgurt festzieht. Okay, jetzt habe ich euch den Fliegenschutz auch nochmal weggerollt, damit ihr das seht. Der ist jetzt hier drunter. Ja, das ist tatsächlich auch noch so ein kleines Fach. Und da habe ich den einfach reingerollt und reingedrückt. Aber ich kann euch sagen, im Prinzip, wir beide, also meine Frau und ich, wir sind so ein bisschen so eine Faulies und schmeißen es einfach da oben drüber. Und passt auch. Kind beschwert sich nicht. Darum geht es. So, dann noch eine Sache, die mir gerade auffällt. Ja, hier. Die Federung. Ihr seht, hier ist so ein bisschen Abstand. Das war vorher nicht. Das war, vorher konnte man da noch was einstellen. Nämlich die Feder von weich auf hart. Jetzt gibt es noch diese Einstellung. Und ich drücke mal rauf, da ist ein bisschen Spiel. Und wenn der Korb irgendwann hier drauf drückt, dann hat man eben noch diesen Puffer. Ja, und ich muss sagen, die Federung ist gut so. Ein relativ leichtes System. Ja, ich finde es gut so, weil ich vorher auch gar nicht wusste, wie stelle ich das jetzt ein, damit es hier hart oder weich wird. Ich habe da keine Veränderungen gemerkt. Deswegen ist das jetzt auch so reduziert völlig okay. Trotzdem meckert meine Tochter immer bei Kopfsteinpflaster. Aber könnte auch an ihr liegen. Wie gesagt, wenn eure Kinder auch noch sehr jung sind und meckern, dann macht halt einfach Ballonreifen hier rauf. Und dann habt ihr nochmal eine zusätzliche Dämpfung. Ja, so jetzt habe ich auch nichts vergessen, außer vielleicht noch die Lüftung. Ja, die Lüftung ist halt vorne, rechts, links. Ja, hier sind diese kleinen Klett. Die könnt ihr runter machen. Hier ist wieder so ein Fliegenschutz. Da kommt die Luft im Sommer rein. Ja, die strömt hier rein. Und wenn ihr nicht wollt, dass das hier so rumbammelt, dann klettet das einfach hier unten so ein bisschen fest. Und dann hält das. Ja, und dann gibt es noch Lüftungsstütze hier oben. Da hat sich auch nichts verändert. Ja, hier kommt auch noch ein bisschen Luft rein. Wenn ihr denkt, da drin wird es zu stickig, da braucht ein bisschen Fahrtwind beim Schienenmuster rein, ja, dann könnt ihr das irgendwie hier mit irgendeinem Trick ein bisschen öffnen. Und denkt bitte dran, ihr könnt natürlich auch diese hintere Klappe hier öffnen und habt hier oben auch nochmal eine Lüftung, ja, so eine Art Abluft. Hier kann also die warme Sommerluft auch entweichen. Natürlich macht ihr das am besten, nur wenn ihr den Kitco als Buggy verwendet und nicht beim Fahrradfahren. Ja, sonst gibt es vielleicht noch Zugluft. Okay, an dieser Stelle zeige ich euch nochmal den Umbau vom Kitco als Buggy zum Fahrradanhänger. Ja, ich habe hier die Fahne meistens jetzt hier verstaut bei mir. Die ist da schon reingeschraubt mit dem Bumper. Den brauche ich dann nur aufschieben. So lege den Griff um, ja, so dass das als Überrollbügel funktioniert. Ja, wie ihr seht, fehlt da gerade die Fahne, die ist mir wohl drinnen hängen geblieben. Na ja, so, dann tue ich die Stange da unten rausziehen, die natürlich immer unterm Kitco dran ist, ja, dann einmal umdrehen und dann könnt ihr sie da wieder reinschieben. Ja, das ist wirklich selbsterklärend relativ einfach. So, dann mache ich das Vorderrad ab und stecke das jetzt hier in mein tolles neues Zubehör schnell rein. Ja, das geht wirklich fix, wie ihr seht. Ja, dann ziehe ich den Kitco so ein bisschen ran an, ja, hier vom Hinterrad meines Fahrrades, da seht ihr die schwarze Kupplung. Ja, ich tue hier das Band gerade abmachen. Ja, hier den Stift, ja, den muss man da jetzt treffsicher. Ja, das ist neu, ja, den muss man da jetzt reinstecken. Ja, vorher war das ein anderer Stift. So, und das Band, das ist natürlich so ein Sicherungsband, ja, das fädelt ihr dann da durch diese, ja, durch diesen Schlitz da wieder rein, genau hier und, ja, und schiebt das dann da durch dieses Plastikding. Ja, ihr seht, mein Fahrrad steht hier auf dem, auf einem Hinterrad Fahrradständer und das ist echt besser, als wenn ihr einen mittigen Fahrradständer habt. Den hinteren Fahrradständer kann ich nur empfehlen. Nun habt ihr einen kleinen Überblick über den Kitco 1, ja, eins wie Einsitzer und, ja, ein Zweisitzer gibt es natürlich auch. Ja, und beide sind überarbeitet und bestellbar seit Sommer 2022. Übrigens gibt es den Kitco auch in diesen drei Farben und, ja, natürlich habe ich euch die Webseite von Kitco auch unten verlinkt und da findet ihr auch interessantes Zubehör. Und nun ein paar Alltagserfahrungen von mir. So, zuerst mal eine Antwort für euch auf diese Frage, ja, ab wann kann man den Kitco eigentlich nutzen für das eigene Kind und, ja, mit der hauseigenen Babyschale von Keridu könnt ihr euer Baby schon ab dem ersten Monat transportieren. Ja, bei uns war das ein bisschen anders. Ja, ich hatte den Kitco erst ab dem zehnten Monat im Einsatz, ja, weil die kleine Lady im Spätsommer geboren wurde und wir im Winter keine Radtouren unternehmen wollten. Ja, unser Kind konnten wir anfangs nur im Tuch tragen und den gut gefederten Kinderwagen einer anderen Marke hatten wir auch erst ab dem zweiten Monat im Einsatz, ja, weil es unserem Kind einfach nicht gefiel, da in so einer Schale vom Kinderwagen zu liegen. Ja, das hat ein wenig gedauert. Dann kam der Sommer und wir wollten Radtouren unternehmen, ja, so wie früher, nur jetzt mit Kind. Und der erste Buggy-Test mit dem Kitco verlief erfolgreich, ja. Trotzdem das Kind hier nun etwas tiefer sitzt als im Kinderwagen, kam unsere Tochter gut klar mit dem Kitco im angeschnallten Zustand. Ja, anfangs mussten wir die Kleine dort auch angurten. Die erste Radtour verlief aber nicht nach Plan, ja, so mit Anschnallen und so. Unebene Wege, alles nicht so ihrs. Ja, das ist tatsächlich bis heute, also ein bisschen noch der Fall. Und bei der ersten Tour haben wir unter Gebrüll und kleinen Pausen diese dann abgebrochen und sind dann eben wieder zurück. Ja, im Alter von elf Monaten hatten wir dann unsere Fanzeit an der Ostsee verbracht und dort haben wir die erste Tour so getimt, ja, dass die Hintour zu unserem Ziel in den Vormittagsschlaf fiel und die Rücktour in den Nachmittagsschlaf oder irgendwie so ähnlich. Damit waren kleine Strecken von circa zehn Kilometer machbar. Klar, irgendwann war sie wach, aber es funktionierte trotzdem auch noch ganz gut, aber eben auch nicht ewig. Ja, sagt bitte nicht, dass sie bestimmt Hunger oder Durst hatte. Ja, nein, daran hatten wir auch gedacht. Ja, aber irgendwie haben wir es nicht genau herausgefunden, wo das Problem war. Aber das ist unsere Erfahrung und muss bei euch nicht so sein, ja. Ich kenne viele kleine Kinder, ja, die lieben es. Ja, sobald der Radanhänger losrast, ja, sind die Kleinen still und beobachten die Umwelt ganz fasziniert, ja. Also für viele Kinder ist das echt eine tolle Sache, in so einem Radanhänger durch die Gegend zu rasen. Den Kitco aber haben wir dann zu 95% als Buggy verwendet und das sehr erfolgreich. Sogar an den meisten Urlaubsreisen hatten wir den dabei, ja, einfach, weil es bei unebenen Wanderwegen besser ist, den zu steuern als einen normalen Buggy. Tatsächlich hatten wir auch einen kleinen Buggy, weil der einfach noch kompakter zu falten war. Und als Alternative hatten wir den hier zu Hause stehen und auch öfters auch mal benutzt. Ja, aber im Urlaub hatten wir den nur einmal dabei, sonst immer den Kitco. Mit zwei Jahren kam dann unser Kind in die Kita. Ja, leider war diese Kita auch 20 Minuten zu Fuß entfernt. Meine Frau hatte sich für ihr Fahrrad einen Kindersitz besorgt. Das war für sie praktischer und doch, das ging alles schneller beim Losfahren. Und ich hätte natürlich auch die Kindersitz nutzen können, aber da hatte ich keine Lust drauf. Denn ein zweiter Adapter kostet auch wieder Geld und wenn man den Sitz immer wieder umbaut, ja, das ist auch wieder Zeit und das wollte ich nicht. Somit habe ich den Kitco eben als Transport fürs Kind genommen. Ja, und das klappt auch ganz gut mit dem Kind in die Kita. Ja, es gibt allerdings so einen Kopfsteinpflasterweg bei uns. Das ist problematisch. Da muss ich dann teilweise auf den Bürgersteig ausweichen, was nicht erlaubt ist. Ja, ihr dürft dann weiter schieben, aber ihr dürft nicht mit dem Kind und dem Fahrradanhänger da langfahren. Da gibt es auch ein Bußgeld-Video von mir. Ich verlinke das euch hier mal. Aber da unsere Tochter da immer meckert und mich das ja auch stresst, bin ich dann halt doch immer auf diesen Fußgängerweg gefahren. Aber bis auf diese Kopfsteinpflaster-Sache funktioniert der Weg zur Kita und zurück eigentlich ganz gut. Super fand ich auch die Erkenntnis, dass man mit dem Kitco auch prima Einkäufe erledigen kann. Ja, also so habe ich immer nach der Kinderübergabe in der Kita den Kitco zum Discounter geradelt und habe ihn so richtig vollgeladen. Der Kitco ist ausgerichtet auf ca. 55 Kilogramm Gesamtlast, also bis ca. 40 Kilogramm Einkaufsgewicht, ist auf jeden Fall machbar. Ebenfalls fand ich die Kombi Kitco und Fahrrad eben auch deshalb so toll, weil ich so das Fahrrad alleine nutzen kann. Also auch ohne Kindersitz. Der ist ja auch immer Gewicht. Ansonsten, man könnte den Kindersitz natürlich auch immer abbauen, in den Keller schleppen, aber das war mir zu aufwendig. Dann lieber Kitco anschließend ans Fahrrad. Das ging für mich schneller und leichter. Meine Frau hat übrigens auch eine zweite Kupplung von Keridu an ihrem Fahrrad. Ja, für den Fall, dass sie den Kitco auch mal ziehen muss. Das ist auch ein paar Mal passiert. Also somit haben wir immer zwei, jeweils an einem Rad eine. Jetzt noch ein paar Worte zum Transport des Kitcos. Ja, ihr seht hier den Kitco im Bus. Und ja, das kann ein Problem sein, wenn ihr im Gepäckraum viel Gewicht habt, dann kann es passieren, dass er nach hinten kippt. Und zwar, wenn er genau andersrum steht als jetzt hier im Bild und der Bus bremst, dann kann es sein, dass er kippt. Also stellt ihn lieber mit der Spitze nach vorne hin. Immer die Bremse schön festmachen. So, und Kitco im Auto ist auch eine super Sache. Das haben wir ganz oft gemacht, dass ich den auseinandergebaut habe. Und ihr seht ja hier ganz einfach die Räder abnehmen, den klein falten. Und dann kann man den da an diesem Bügel anfassen. Das ist sehr praktisch, ja, an dieser Radanhängung. Und dann könnt ihr ihn Gepäckraum transportieren. Und wenn ich damit in den Urlaub fahre, habe ich den meistens auf dem Beifahrersitz. Ist ein bisschen problematisch wegen dem rechten Seitenspiegel. Aber ihr seht, hier habe ich es hinbekommen und konnte rechts raus gucken. So, ihr jungen Eltern, also habt viel Freude mit eurem Kitco. Denkt bitte an mein Bußgeld-Video. Ja, das spart euch echt Geld. Denn fahren mit dem Kitco oder mit dem Fahrradsitz auf dem Fußgängerweg ist nicht erlaubt. Ja, es gibt Ausnahmen, die erfahrt ihr in meinem Bußgeld-Video. Oder schaut euch die beiden Videos zum Kitco-Vorgänger an. Dies hier ist ein Radkanal, könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Ja, schöne Zeit mit euren Kindern. Bis zum nächsten Video.